Schnelligkeit Schnelligkeit heißt schnell handeln, schnell agieren und schnell reagieren. Das Schnelligkeitstraining ist somit speziell im Budo-Sport essentiell wichtig und ihr Garant für Erfolg im Wettkampf und Sicherheit in der Selbstverteidigung. Auf der DVD finden Sie über 80 perfekt zugeschnittene Übungs- und Trainingsformen. Sie sprechen somit alle Budo-Disziplinen an und können leicht den jeweiligen Vorgaben angepasst werden. Alle Übungen und Trainingsformen werden von Budo-Sportlern der deutschen Jujutsu-Nationalmannschaft vorgestellt. Ihr Trainer und Autor der DVD ist der Jujutsu-Bundestrainer Steffen Hecke. Steigern auch Sie Ihre Schnelligkeit und schlagen Sie schnell zu. . Sie haben Sie первое wettbe unifiedes Thema.